meine lieben hier bin ich wieder wir machen heute mal folgendes wir gucken mal im bauplan wir haben ja wieder neuen bauplan gekriegt das ist das ding hier dafür brauchen wir kulturen und so weiter aber wir haben kein material dafür also werden wir heute meinen ganzen dach dafür sorgen dass wir unser material zusammen kriegen wir werden das alles ein bisschen strukturierter machen jetzt weil das gestern diese ganze sucherei das ging mir irgendwie auf den sack und deswegen werden wir jetzt etwas strukturierter vorgehen ich werde mich jetzt noch einmal voll futtern ein bisschen was trinken und dann werden wir uns erstmal diese ganzen materialien so besorgen dass wir das auch alles machen können futter ist hier kürbis ist immer herzlich willkommen einmal voll wasser wasser werde ich definitiv brauchen ohne ende so haben wir alles raus darauf trinken das haben wir jetzt erstmal in den schrank und wenn wir erstmal hier uns material besorgen dass wir hier wieder mal richtig loslegen können titan geht rein ich habe ja immer noch eisen ok zack ja silizium bis hier kobold ist das letzte so wasser kommt hier da 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 zwei wasser nämlich jetzt mit und jetzt mal eben kurz hier noch einen kleinen schlagplan entwickeln dass wir ja auch hier auch schön weiterkommen das große runde biome würde ich jetzt hier ansetzen wollen aber wird dazwischen noch ein lager setzen das heißt wir werden hier eisen brauchen für das bion brauchen wir eisen also wenn wir jetzt erstmal material besorgen ich habe meine brille nicht auf ich sehe nix das ist der und fliege schon daneben ist ja unfassbar ich muss meine brille richtig aufsetzen sonst sonst geht das hier gar nicht ja jetzt sehe ich wieder was hier ist nix drin alles klar gut in die richtung wir müssen da rein viel viel energie braucht das ding wir müssen ja alles irgendwie 75 ok 75 schon schon eine menge gut dann hier hatte ich auch irgendwas gebaut ja eine kleine zwischenstation einmal luft holen abweisen abweisen ab so das nehmen wir alles mit wir gehen jetzt hier hin und werden die uns oh das regnet wie schön wir werden uns jetzt hier in diesen schwefel ja vor diesen eingang dann finden wir den auch immer gleich wieder einmal zweimal einmal so setzen wir die tür hin die können wir auch gleich da direkt rein setzen fertig einmal luft holen eisen wir sammeln jetzt mal eben kurz hier ein bisschen eisen ein und alles titan einmal hier die ganzen materialien in meinem weg holen aluminium noch mal hier sind alle alles klar aber daheim habe ich ja eines vollen aluminium lager noch mal silizium aber auch mit eisen wir brauchen jetzt erst mal eisen machen wir hier durch hier ist ein eisen schön weiter schwefel liegt hier auch das ist auch gut nein nein hier ist die kiste wird schon wieder auf abriss nehmen wir mit see wasser sammler das ist auch gut was brauchen wir dafür ja wir müssen jetzt mal dafür sorgen dass wir genug material kriegen das ist alles andere hat alles kein zweck dann kriegen wir auch den index schön hoch wir brauchen uns jetzt hier eine kleine zwischenstation mit allen drum dran ich gucken da ist nix da ist nix da ist nix mhm da ist auch nix ha halt das war eisen silizium 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 kulbolt eisen ach schön es regnet nie mehr so da drauf warum gehst du nicht ich hab doch alles dafür oder nicht ja ok hm einmal Sauerstoff holen so hier ist jetzt der höchste Punkt da setzen wir jetzt die Tür rein den heben wir auf ähm da hin so ok Titan da eins da ist noch ein Eisen, den nehmen wir auch mit weiter Titan, Titan, da ist Titan so wenn ich auch mit brauche ich wahrscheinlich gleich Silizium brauche ich sowieso gleich das benötige ich auch da ist noch ein Titan da müssen wir hin da müssen wir hin da müssen wir hin so und einmal so na das passt da setzen wir jetzt eine Scheibe rein weil wir es können da Moment kann ich einen Schrank bauen ein Schrank hier kann ich schön na komm her so sammeln weiter Eisen nein 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 da ist noch Eisens wunderbar nennen wir mit Titan nennen wir mit Eisen da ist ein Kobold den brauchen wir hier ist noch ein Kobold da war ein Eisen habe ich gerade gesehen haben mir vorbeigeuscht so gut jetzt habe ich Serie gut auch jawohl einmal zurück da müssen wir hin genau das haben wir auch einmal rauf einmal das mein Wasser ist auch schon wieder das ist doch okay super kleines glashaus hier dann gucken wir mal was wir ihm noch setzen können hier dafür brauchen wir Eiswürfelchen haben wir gerade nicht Kobold und Aluminium da haben wir den Kobold Aluminium hatte ich jetzt hier überall gesehen da ist noch eins einmal den da so ja ich weiß ich weiß so das ist auch erledigt gut die Station versorgen wir jetzt mit seiner eigenen Energie den baue ich jetzt auch treib den Index nach oben das ist in Ordnung gut da brauchen wir schon wieder Eisen hier ist nochmal Aluminium den brauchen wir das brauchen wir da ist nix 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 Silizium gut Mensch jetzt regnet es in einer Tour so wie unser Wetter unfassbar immer noch Eisen also Leute wenn ihr was bauen wollt Eisen bis der Arzt kommt nein nein Aluminium Eisen da haben wir es noch mehr Eisen ich will mehr Eisen ich will noch mehr Eisen Sauerstoff ist okay hier ist noch Eisen wo geht es hier eigentlich lang oh was ist das denn hier Sandfälle okay gehen wir später gucken Eisen ist wichtiger so ja jetzt kriegen wir ein bisschen Eisen zusammen das ist ja noch nicht die Welt aber wir kriegen was zusammen gut jetzt muss ich mich aber auf dem Rückweg machen da ist es alles klar da rein was bauen wir als nächstes gehen wir hier mal eben rein Silizium da ist Titan wunderbar zurück da rein dann setzen wir uns mal eben hier einen Marker einmal so so dunkelblau nehmen wir dann für die unsere Basen Basis 1 so dann wollen wir auch groß schreiben ne haben wir und jawohl da wieder rein Eisen jetzt haben wir Eisen jetzt haben wir ein bisschen Iron dann einmal hier drauf so das haben wir auch den Schrank haben wir da machen wir jetzt erstmal alles rein zack äh was brauche ich für einen Wassersammler okay besorgen wir uns die Sachen die besorgen die besorgen wir uns jetzt mal eben ich gucke mir jetzt mal eben die Sandfälle da an was es da zu holen gibt das ist auch sehr interessant so was haben wir hier alles rumliegen irgendwelche Kisten hier irgendwo da hinten ist die Kiste das ist da drin das gefällt mir so Kiste okay Mikrochip das ist schön die nehmen wir weg nach irgendwo eine Kiste hier rumfliegen bestimmt liegen hier irgendwo welche noch versteckt so wir fliegen da mal rein okay alles klar also merke bei den Sandfällen gibt es Superlegierung das nicht zu wenig jawohl da gibt es Superlegierung das gefällt mir gerade oh jetzt können wir uns eindecken jetzt können wir uns ein bisschen eindecken mein Sauerstoff mein Wasser alles im Auge behalten oh die Sicht ist hier echt hab ich da irgendwas blitzen sehen nein ups hier ist noch so ein Felsen okay oh mein Sauerstoff ich muss wieder zurück da ist blauer Punkt das finde ich schon mal gut dann sieht man wenigstens wo man auf Anheb mal hinreißen kann Sauerstoff Wasser Wasser Wassersammler das ist jetzt wichtiger er hat hier einen Wasserverbrauch das geht auf keine Chorhaut mehr da habe ich so extrem ich glaube es kam auch ein Patch ne oder ein Update so jetzt gucken wir mal was wir alles für den Wassersammler noch brauchen ein Kobold und ein Silizium noch Kobold Silizium Wassersammler bauen wo setzen wir den ja mal eben hin das ist eigentlich egal Wassersammler hier hin du sammelst jetzt Wasser für mich was können wir hier noch den können wir auch ah ne können wir nicht ich brauche das nämlich für mich Essen auch so dann das kann auch erstmal alles hier rein so hast du schon Wasser gesammelt nein noch nicht alles klar dann fliegen wir jetzt nochmal zurück wir haben ja noch ein bisschen bis dahin dürfte auch ein bisschen Wasser da sein also verdorsten werden wir zum Glück nicht so da geht's ach das hatten wir schon geleert das Raumschiff gibt's hier was nein jetzt wird's wieder dunkel wir gehen hier nochmal durchs ah wir holen uns da noch was reisen wir mich sowieso jetzt mit da ich ja eh immer einen Mangel hab gut so was verbirgst du noch verbirgst du irgendwas hier alles klar du verbirgst hier nix alles klar Moment mal bin ich jetzt hier hochgeflogen tatsächlich okay wo geht's hier lang ich verrenne mich doch wieder in irgendwas hier da ist auch ein Schiff okay da ist ne Kiste da gucken wir mal eben nach hm nix Weltbewerbs ist alles klar jetzt bin ich gerade ein bisschen neugierig noch ne Kiste aber mit okay ja ne oh mein Sauerstoff mein Sauerstoff runter da runter da super so äh jetzt ist da ein paar Superlikierung bekommen das ist schon mal gut die brauchen wir auch weiter rüber gut Sauerstoff gut im Auge gehabt jawohl ich bin schon wieder auf Abriss ich find's natürlich super ähm das gab's das 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 okay also nix aufregendes eigentlich hier den können wir auch bauen bauen wir gleich auch treibt auch den Index nach oben ähm hm komm setzen wir da an der Ecke so ähm was können wir jetzt hier noch hinbasteln den haben wir das haben wir Wasser dann kann ich hier ein Nahrungsding hinsetzen für den Notfall dass ich immer mal Nahrung brauche ein Wasser toll ein Wasser so den setzen wir dann hier hin hab ich ein Nahrungspäckchen nein hab ich nicht gut das nehmen wir jetzt mit rüber das nehmen wir mit das nehmen wir mit die Pflanze nehmen wir jetzt auch mit muss ein Nahrungspäckchen gleich mit hier her nehmen das kann ich bei mir alles einsortieren das lassen wir hier für den Fall und davon lasse ich auch zwei hier dann einmal zurück so eine Heizung haben wir gebaut den lernen wir auch mal ein bisschen ist das auch weg und da hinten gab es ein Raumschiff bei der Ecke kannte ich noch nicht richtig bin ich natürlich auch ein bisschen neugierig hm ok dann rollen wir das mal eben alles weg was wir haben einmal das Titan das ist auch gut Magnesium geht rein Silizium Aluminium habe ich nicht bei mir so ein Uran Miridium ist voll ok Zweifel ist immer willkommen das ist auch Pflanzenrakete der wieder raus ok eine Pflanzenrakete gucken wir uns gleich an da brauche ich bestimmt dieses Baumdenk äh Stoff Bio da ist das rein wir haben jetzt noch zwei Pflanzkübel Essenspack wollte ich gleich mitnehmen ne ich baue eine Bohne an weil Bohnen sind immer gehen wir am meisten was haben wir hier haben wir noch zwei Eiswürfel mit und wie sagt so eigentlich der Index jetzt mit gut Biomasse rennt der Rest ja dauert eben halt oh Szenen sind abgeschlossen das ist auch gut äh der Chip den Chip können wir mal einlösen was gibst du mir Raketeninformationen ok auch das den lasse ich hier den Rest nehme ich mit Wasser wieder leer machen na zack haben wir Essen äh Kürbis nimm wir und ne Bohne nimm wir so ein Wasser und auf geht's wieder zurück zu unserer kleinen Zwischenstation da muss ich da durch und da hinzukommen das haben wir das Ding können wir auch mal im leeren das tun wir auch mit was da alles drin ist da kann das wie so ein bisschen zack das haben wir auch kleine vierkige Regentröpfchen die da reinfallen interessant so hier pflanzen wir die Bohne da haben wir immer was zu essen hier trinken haben wir jetzt immer hier für den Notfall so hier hin das kann rein 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 ach so ist voll toll da brauchen wir noch einen Schrank Schränk hier ein komm her eine Hammer zack so äh zwei Eiswürfel hatte ich ges- wofür hatte ich die ach so für Eisen Titan und das das und ein Eisen siehste darauf hier Bisschen Verschönerung hier da wird sie nicht hin na gut dann setze ich da hin so die nächste Pflanze die wir finden können wir da reinsetzen so was hast du hier zwei Wasser hast du mir gebracht immerhin immerhin so zwei packe ich hier rein oder so das gibt man ihm her ach jetzt weiß ich was hier noch rein kann äh wo ist er da ist er Eisen und Silizium Silizium Eisen können wir nämlich immer schön gleich was hier herstellen da einmal so einmal so oh siehste ist er schon ein bisschen heimisch hier drin so aufgeladen sind wir essen trinken sauerstoff genug da und rein ins Abenteuer dann gucken wir uns da mal ein bisschen um hm guck mal hier ist noch eine Kiste schön da ist meine Pflanze die ich gebraucht habe wir können da auch gleich rein so wir fliegen jetzt mal hier ein bisschen lang gucken ob hier irgendwas versteckt ist gut hier ist noch eine Bucht hier ist auch noch eine Bucht eine goldene Kiste haben wir ja also über den Sandfällen ich glaube das sind Sandfälle ne oder Staubfälle ist eine goldene Kiste das ist doch mal ich bin schon wieder auf Abriss super oh guck mal wir haben einen neuen Stab Superlegierungsstab den nehm ich mit das ist doch mal wie gesagt direkt hier drüber da haben wir wieder eine goldene Kiste gefunden ich werde auch irgendwann ein Video machen wo ich euch alle goldenen Kisten zeige die ich bisher gefunden habe dass ihr das wenn ihr die mal braucht oder sucht oder nicht findet dass ich euch dann zeige wo sie alle sind mit Koordinaten und alles drum dran aber das mache ich erst später das Video so ich gehe jetzt mal wieder Sauerstoff hier gehen wir ins nächste Video gehen wir hier oben mal ein bisschen rum und gucken ich weiß ich wollte erstmal Material sammeln aber ich bin zu neugierig ich bin einfach zu neugierig habe ich die Kiste eben nicht gesehen gut nehmen wir mit so da oben bei den Sandfällen ungefähr da ist eine goldene Kiste gewesen oh mein Sauerstoff jetzt habe ich hier wieder so rumgetüttelt aber es müsste nichts schaffen machen das schaffe ich das schaffe ich jetzt kommt jetzt die Warnung und geschafft nein wow da drauf da drauf aufbauen ich glaube ich glaube ich sollte mal ne Liste machen wie oft ich Sachen abbaue ich glaube die gewisse Liste wird gewaltig groß 300% mache ich hier rein sind weitere 300% für mein Index so das können wir hier lassen hier lassen warte mal kann ich hier irgendwas gleich vorab wegbauen was uns hier das habe ich das habe ich das habe ich und Wasser Wasser okay den brauchte ich glaube ich noch und Wasser Moment Wasser hier auch schön auf dich ist verlasst jetzt so dann können wir nämlich hier gleich die 600er reinhauen wo ist den hier ja den bauen wir auch gleich wie wollen wir das denn hier nennen die Schwefelblumen genau wir nennen das hier mal die Schwefelblumen interessant ob das funktioniert so das sind jetzt hier Schwefelblumen den finde ich gut mal gucken so Leute wir sind auch schon wieder am Ende im nächsten Video ich glaube wir werden da hinten einfach ich bin zu neugierig ich werde da hinten alles untersuchen den Index bauen wir denn hier so zwischendurch ein bisschen auf aber das kriegen wir schon hin so dann bis zum nächsten Mal ich wünsche euch noch einen schönen Tag einen schönen Abend und guckt weiter noch so Dankeschön